ich weiß nicht was du meinst so alter der hat sich schon fast ein 300er farm bald da war das muss ich aber schnell machen oder ich mache den oder keine ahnung der ist jetzt hier lang gelaufen irgendwo da vielleicht steht vielleicht da noch ist aber vielleicht schon weg steht vielleicht hier wahrscheinlich war da in der nähe wir waren einfach so blöd sind vorbeigelaufen ich wette ist so wir schauen jetzt mal die red buff in der da ist es cool leider ist uns dieses glück noch nicht so verfolgt haben noch gar keinen richtigen team fällt auch hier wird jemals twitter ist das sehen ja ich kann nicht dadurch geblendet und wir haben als kann man haben ist die lauze da waren sie da waren sie passiert da ich sehe hier und mich eiskalt und kriegt mich eiskalt es ist ja noch in der trafler zu eine hohe range der trolle trolle die trolle nur noch ich hätte auch nicht angreifen können dann wäre ich easy gestorben hallo er hat mich ja geblendet also die möglichkeit entweder hau ich ganz ganz schnell ab beides aber was schlecht ja und noch getroffen haben wir um ihn noch nicht kompon go on dot kitty ah der tmo bleibt nein guck dir das lackern ich hab kein multiready besser aufpassen soll besser aufpassen soll es gibt es sehr wenige gute und ich definiere gut mit gut besser als nur manche bronze schrägstrich silber spieler es gibt wenige gute niederleys einfach tatsache es gibt wenige niederleys die irgendwie gut spielen können es gibt so viele die rein fehlen und fielen also wahrlich tut mir leid muss ich jetzt mal kurz anmerken wir haben eine ganze league of legends karriere die ich ja jetzt schon seit jahre mache sage ich sozusagen einfach mal so spielen da habe ich mich eigentlich voll distanziert in letzter zeit ja das wird wird das ein schöner während für uns ich hoffe es doch mal wir müssen uns beeilen das haben wir ja jetzt sollte uns eigentlich erstmal nichts aufhalten und da ist auch schon unser erster boah flasht eiskalt sehr schön sehr schön sehr schön holt ihn auf was macht ihr denn oh mein gott das ist warum stehe ich denn bitte als 1 ist da ganz vorne als adic nicht ganz vorne bis seid ihr verrückt und 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 ich habe den ganzen der mich auf meiner auf den renner rausgehauen das ist ja nicht wenn ihr ihn so fokussiert habt oh mein gott der gestorben ich kann es gar nicht glauben aber ich stand doch ganz vorne oder ich stand doch ganz vorne das sollte man das hat jetzt eben nicht machen ich dachte da würde jetzt erstmal ein guter engage kommen ich würde erstmal schön weit back up den habt ihr locker locker schnell oder ihr habt ihr wiii ihr könntest du gerade 3 vorrätigstwärter ich werde weiß dass mit der dort jeder normale mensch dort schnack da nach da nach da okay das ist ein schöner fahrt für uns oder für ihn wahrscheinlich er für ihn was hat er denn für alte sg ist gar nicht tanky jetzt auch erst mal meine so schaden mache ich jetzt auf jeden fall genug das ist gut war mox ist jetzt schön in den schaden hat er doch schon genug jetzt wollte man gleich mal ein bisschen tanken das dann wird überlebt das wird ein langes gehe ich habe ich gut folgen er hat sich von ihm an den würfen der hatte ungefähr 18 hp wieder so voll generiert sein auto wird es nicht kofor der chases das geht nicht gut es geht doch nicht los rinhalter ich weiß nicht man muss jetzt nicht also die blau die weiß die hat keinen plan vom spiel habe ich irgendwie das gefühl wir haben sie auch nicht wir haben gleich wir mich mal so ein bisschen ja auf jeden fall wenn es geht auf den der war nicht gefällt der war extra nie nicht so das bleibt auch so ein king gewöhnt ach so eigentlich nur hier steht ja ein wort von uns die laufen gerade alle runter warum weiß ich nicht irgendwas interessantes wir sollten hier weg da kommt noch ein ranger die werden von da kommen nämlich man ich frage mich was deren plan ist jetzt sind die nämlich da alles ich könnte jetzt mal eine ultime angegeben welche b das heißt wir könnten auf jeden fall da war team genius knapp der einfach war hat denn seine animation zum stamm schon gesetzt don't focus team das ist wenn man die idee und plan und fortschritt fokuss diese wuhrer oh ja get that kitty cat get that kitty cat get that kitten or the kitty is and oh my god kitty the kitty 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 jawoll 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 oh nein ein schönes ding hat das gesehen das darf nicht sein alex ist weg was woher weiß er meinen namen alex ist weg ja ich bin fast back woher weiß er meinen namen aber das war so knapp aber das war so schön knapp leckmann naja das war knapp ich habe überlegt vielleicht hätte ich so die ultime hast du noch heute oder mein weise ja das war aber alles gerade so unentschlossen von mir deswegen das war alles so ruhig und so schaust du eigentlich auch poprot tv natürlich ja immer noch der macht das richtig gut da macht es richtig mit seiner motivation und einstellung so ja ich kann das so alles wer poprot davon ich kennt auch mal seinen kanal stecken alles ist und in der video beschreibung zu allen alle bestiegen infos dies und das so mp 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 hat er hat ja auch noch sowas und so ne das war ein crit tut mir leid ich hab die nach hier geschmissen aber irgendwie ist der weiter nach vorne gerutscht und die kipp haben nicht schon nach vorne gerutscht wenn er ist voll nach vorne gerutscht ich weiß nicht wie ich das erklären soll oder du gehst nicht weg du gehst nicht weg das gesehen junge hast das gesehen wunderschön ich habe ich habe nicht damit gerechnet dass der schaden so brutal ist aber können wir uns doch holen aber stimme ich meine die ganze zeit fehle auch ist keine mehr da geht die lastik die lastik die lastik die lastik ist die lati lasst die kitty die kitty will nur wiskas immer kann dass du die wisst dass du dabei hast er in der legion ich werde jetzt noch guardian bauen und dann bin ich 50 und halt auch die fertigen schuhe ich habe schon 300 fahren was geht ab der legion ist er geht in der legion meint so wie nett war das mal locket auf der eigenen solar wir kannst auch machen wollen wir ausbauen für die team falls die werden dann wirklich gut für uns das wird ein free drake für uns so und wieder ja ich bin ganz schnell ich habe ich bin ja folge viele okay verlaufen so war diese kritz junge diese kritz sagt dann kann schon wieder irgendwo war da gerade was ich glaube wir wollen werden machen stehen auf jeden fall das spiel geht viel zu lange dafür dass es 40 minuten sind das hätte wer schon längst entschieden eigentlich schon der art was will aber glaube ich gar nicht dem ist das gott wer war da gerade dabei und sollte mal ein bisschen wir müssen bedenken wir haben auch nicht mal ein tower nach wie viele minuten wir sind schon bei 40 minuten leute jetzt die kritik wir müssen die kittier wollen wir müssen die kittier wollen die kittier wollen auch da ist die kittier der ist noch mal hätte er nicht machen sollen ja ich nicht machen so dass dem athrox die hier guck mal wie schnell der sich jetzt schreibt man das so ihr live stil ok ich dachte gesagt der nexus genau die backdorn und zwar schnell so guardian angel noch fertig kaufen so zack und jetzt noch fünf gold und dann habe ich fünf bezeichnen hier mal und dann bin ich vollbild alles gewisse wir machen hier dinge ganz normaler weiß nicht ob ich den weiteren tanken sehr schön irgendwann macht der bernmann schaden der wer ich habe noch einen Mann sicher an der macht 416 ich weiß es nicht ich komme ich komme ich komme ich komme Wir machen hier Eiskalt Aaron und hier steht Eiskalt und Ward Genius Kann ich mal weiter tanken Wir müssen zweilen Und das schaffen wir gerade noch Wo ist die Kitty Die Kitty, die ist irgendwo in dem Wo ist die Tod Die Bryce Bauten gewinnen Da ist heute echt mein Tankbau Auffassen wir jetzt Teemo und Dingens Nice, good job Und jetzt kriegt er auch noch Top auf Geil Oh mein Gott, ist der Teemo retarded Ist der Teemo retarded? Darf ich? Ah ja Oh Warte, ich kenne ihn nochmal zu dir Warte, nein, dann brauchst du nicht Ja, mich aber killt und nicht dich Oh, sie haben aufgegeben Ich bedanke mich fürs Zuschauen Vielen Dank Das war eine lange, 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 lange Folge Nicht eine lange Folge Ich werde das alles schön cutten und so Aber das war ein langes Spiel Meine Freunde, es hat auch Spaß gemacht, wirklich, ohne Spaß Fand ich gut Und vielen Dank fürs Zuschauen, wer bis jetzt durchgehalten hat Und vielen Dank an Dennis fürs dabei sein, hallo Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten League of Legends Folgen Haut rein, ciao